Herzlich willkommen zum Matt-Rätsel vom 3. April 2023. Und wie immer geht es zu Beginn der Woche locker los mit einem Matt in einem Zug. Schwarz ist dran und setzt Matt. Hier ist der weiße König. Der schwarze Bauer auf F3 kontrolliert das Feld G2. Und wir müssen mit diesem Springer auf F4 einen Schach geben und Matt setzen. Und wir können das auf E2 oder H3. Auf E2 wird der Springer aber geschlagen vom weißen Springer. Ja, deswegen ist hier Springer H3 das Matt, das gesucht wurde. Ich denke mal, das haben alle von euch gefunden. Und ich bin mir sicher, wir sehen uns dann beim nächsten Rätsel wieder. Macht's gut.